Hallo zusammen und ich wäre nicht der Gotti, der ich bin, wenn ich nicht ein Video machen würde, das zu ein wenig Verwirrung beiträgt, aber am Ende eigentlich entwirrt wird, wenn man nun mal seinen Kopf einschaltet. So habe ich schon ein Video gemacht mit den fünf Gründen, warum ihr nicht auf Steroid-Bodybuilder hören solltet. Und so manch einer fühlte sich sicherlich dadurch motiviert und bestätigt und sagte in den Kommentaren, hey, seht ihr, man kann sich keine Tipps von denen anschauen. Das war aber nicht die Message. Die Message war, diese fünf Dinge, die ich dort aufgezählt habe, solltet ihr euch nicht unbedingt von denen abschauen und die Tipps geben lassen. Jetzt kommen wir zu den fünf Dingen, die ihr von Steroid-Bodybuildern lernen könnt. Und das ist das ganz Wichtige hier, selbst wenn ihr, und das hoffe ich doch, dass ihr dazu gehört, nicht in die medizinische Trickkiste greift. Was können denn jetzt alle von Steroid-Bodybuildern lernen, egal welche Ausrichtung sie in dem Sport haben? Hier die fünf Dinge. Das erste Mal gleich hier hinterher geschossen. Sie zeigen auf, dass der Sport nicht unbedingt etwas mit Gesundheit zu tun haben muss. Das mag jetzt für den einen oder anderen an den Haaren herbeigezogen klingen, aber sie leben es vor. Und ja, dahinter ist eine gewaltige Message, die ich auch schon in mehreren Videos betont habe. Bodybuilding ist per Definition kein Sport, der Priorität auf Gesundheit legt. Wohlgemerkt, nehmt mich wieder wortwörtlich, nicht Priorität. Das heißt nicht, dass die zweite Priorität nicht Gesundheit sein sollte. Denn wir wollen den ja auch alle lang ausführen. Und wir müssen auch nun mal gesund das Ganze machen und uns nicht a verletzen oder b langfristige Schäden davon tragen, damit wir auch Erfolg haben können. Das heißt, irgendwo bedingt es sich dann wieder. Aber es ist nicht Priorität. Priorität ist, diese Hubbel unter der Haut zu generieren. Und was im äußersten Maße nun mal nicht gesund ist, ob natural oder nicht. Selbst wenn ihr natural an eure Grenzen geratet und über 90 Kilo bereits wiegt und diese Fleischmassen mit euch rumtragt, dann ist das nicht gesünder, als würdet ihr nur 70, 75 Kilo wiegen. Das ist einfach ein Fakt. In den meisten Fällen trägt es auch zur ungesunden Lebensweise bei. In manchen Fällen nicht, weil es doch aushält, der Körper. Aber grundsätzlich, dass viele essen, die Belastung, das ZNS, das belastet wird, das ist alles nicht gesund. Und jetzt kommen wir wieder zurück. Das zeigen euch die Steroidbodybuilder natürlich durch ihren Konsum. Und dadurch, dass sie das im Extrem vorführen, ganz besonders. Und hier ein kleiner Hinweis und eine schöne Analogie. Wenn ich davon rede, dass sie es im Extrem vorführen, dann sind sie im Prinzip das, was die Formel 1 ist, für die gesamte Motorentwicklung, für die ganze Automobilindustrie. Die Formel 1 zeigt im absoluten Extrem, was man machen kann, um einen Wagen von der Performance her zu verbessern. Das heißt, da sind teilweise nur Millimeteränderungen, neueste Techniken, irgendwelche Computersysteme, die dafür sorgen, dass sie um 0,001 Prozent besser performen. Aber dadurch, dass die Forschung hier in so einem Extrembereich ist, kann man diese Ergebnisse übertragen auf die gesamte Automobilindustrie und selbst dann für den breiten Markt eröffnen. So funktioniert das nun mal, fast in allen technologischen Fortschritten. Vieles kommt vom Militär, aber ich will jetzt gar nicht abdriften. Das, was die Formel 1 ist, also für die Automobilindustrie, sind eben die Steroidbodybuilder für uns, für alle Bodybuilder. Und da können wir uns abschauen, was im Extrem gilt. Und da müssen wir natürlich genau hinschauen, was für uns davon gilt. So haben wir zum Beispiel eine Sache, die in den meisten Fällen gegeben ist bei Steroidbodybuildern. Sie haben einen riesigen Erfahrungsschatz und den sollten wir nicht unterschätzen. Selten und nur ein paar ganz schlichte Naturen fangen mit dem ersten Mal ein Gewichtbewegen auch an, direkt Steroide zu sich zu nehmen. Die meisten haben schon eine ziemlich lange Trainingserfahrung als Naturalbodybuilder hinter sich. Das bedeutet, sie haben schon so einige Stunden akkumuliert. Und wer greift schon zu Steroiden, gefährdet seine Gesundheit, sticht sich sogar eine Nadel in den Körper, was sicherlich einige Hemmschwellen mit sich bringt, wenn er es nicht wirklich ernst meint und mit einer großen Leidenschaft dabei sind. Ihr könnt davon ausgehen, dass diese Leute sich dann erst recht hinsetzen und das Ganze studieren, Trainingssysteme durchwälzen, viele, viele Gespräche darüber hatten. Die haben einen enormen Ehrgeiz, dass sie dieses Risiko auf sich nehmen. Also haben sie meist die anderen Hausaufgaben auch schon gemacht. Meist. Ja, es gibt immer wieder schlechte Beispiele da draußen. Leute, die einfach nur Abkürzungen nehmen wollen und denken, ich spare mir das Ganze. Dann muss ich mich nicht mit Ernährung auskennen, nicht mit Training. Ich stoffe einfach und dann wird das auch. Die gibt es. Aber ihr glaubt gar nicht, wie oft es die anderen Beispiele gibt, die auf der Bühne landen und das wirklich ernst nehmen, weil sie irgendwann auch davon leben wollen. Und deswegen könnt ihr eigentlich davon ausgehen, wenn ihr einen wohlgeformten, fleischigen, massigen Körper sieht, von jemandem, der so Mitte 30 ist. Der wird einiges an Erfahrung haben. Und die beruht sich nicht nur darauf, wie man sich eine Nadel in den Hintern steckt, sondern der hat so oft alle Maschinen schon durchgeprügelt durchs Fitnessstudio, dass er euch also einiges beibringen kann. Unterschätzt nicht die Erfahrung. Wo wir bei dem Extrem und der Formel 1 Analogie waren. Was euch vor allem Steroid-Bodybuilder sehr gut zeigen, anhand ihres vorgelebten Beispiels ist, wie sehr die Regeneration das A und O in diesem Sport ist. Steroide letzten Endes sind vor allem absolute Regenerationskicker. Genau darum geht es. Der Körper erholt sich einfach mit einer rasenden Geschwindigkeit. Ja, dann kriegt man einiges an Plus noch mit dazu. Aber das ist ein großes Ding. Und er wird sich wesentlich besser regenerieren und eine viel größere Superkompensation haben, als die normalen Naturalkörper. Alleine das ist schon ein tolles Rollenmodell. Also wenn wir da draußen alle jemanden bezahlen könnten dafür, dass er so ein Beispiel ist, dass der all das Zeug nehmen muss, damit man mal sieht, wie es im Extrem ist. Und wir uns dann fleißig die Sachen aufschreiben, damit wir davon lernen können. Tja, dann ist das doch eine tolle Sache. Sollen Sie es also machen und uns damit ein bisschen was vorleben. So zum Beispiel, wie wahnsinnig wichtig Essen ist, Schlaf ist und die Ruhe ist dazwischen. Denn wenn selbst diese Leute mit der extrem geilsten Regeneration alle zwei Tage nur trainieren oder jeden Muskel nur einmal die Woche, ja, bei einer längeren Proteinsynthese, aber auch bei einer wahnsinnig schnelleren Regeneration, dann können wir gewisse Indizien daraus ableiten. Das ist einfach ein Fakt. Und wir wissen, worauf es ankommt. Immerhin ein schönes Vorzeigemodell. Gibt es bis hierhin schon große Widersprüche von euch, dann schreibt sie mir in die Kommentare. Das ist ein tolles Diskussionsthema, denn hier gibt es sicherlich verschiedene Ansichten darauf. Und ihr wisst auch alle da draußen, dass ich hier nichts beschönigen will, noch irgendetwas verkaufen. Also darum sollte es hier nicht gehen, aber ich bin sehr gespannt, was ihr zu den Gründen bisher sagt. Und was eure Dinge sind, wo ihr denkt, davon kann man sich was abgucken und dafür respektiert ihr sie. Oder sagt ihr, absolutes No-Go, von denen werde ich mir überhaupt nichts abgucken, aus Prinzip. Kommen wir auch schon zu Punkt 4 auf meiner Liste. Sie zeigen vor allem auf, dass mehr Muskeln und mehr Muskelmasse weder fitter macht, noch schneller, noch gesünder, noch irgendwie heroischer. Und das, finde ich, ist eine ganz großartige Erkenntnis. Für mich immer gewesen. Eines der absoluten Cocktail-Party-Highlights als muskulöser Mensch und als muskulöserer als die meisten anderen, die immer im Raum sind. Ja, jetzt wird es wieder einige Widersprüche geben. Du Spaghetti, wie kannst du denn da sowas sagen? Meistens ist es aber so. Ist eine Anekdote, die ich immer wieder zum Besten gebe. Und zwar, dass ich eine Glühbirne keine ganze Minute halten kann. Ganz ehrlich, wer von euch schafft das noch, der eine gewisse Masse hat? Die Schulter wird sofort übersäuert. Ich muss sofort nachhelfen und breche dann zusammen. Während jede Frau, die nicht trainiert, das einfach 10 Minuten hochhalten könnte. Tja, so viel zum Helden, so viel zum Captain America auf jeder Party, der so heldenhaft aussieht, als wird er mit seinen Muskeln alles können. Und das ist ja auch tatsächlich so eine Fehleinschätzung da draußen von Leuten, die eben sich nicht viel damit beschäftigen. Und auch nicht mit Medizin oder generell mit der menschlichen Physik. Physik. Muskeln machen Träger langsamer. Definitiv, weil ihr einfach auch mehr wiegt. Das ist einfach ein Fakt. Ihr werdet nicht fitter dadurch. Ganz im Gegenteil. Ihr braucht viel mehr Ernährung, viel mehr Kohlenhydrate, um diesen riesigen Motor in Gang zu halten. Fahrt mal mit dem V16-Motor zum Einkaufen. Ihr werdet wesentlich mehr Sprit verbrauchen. Besonders gut für die Umwelt ist es nicht. Und so müsst ihr es sehen, wenn ihr nun mal ein 90, 100, 110 Kilo Körper mit euch rumführt. Egal ob mit oder ohne Zusätzen. Das ist eben nicht besonders fit. Und das zeigen gerade diese Menschen, die im Extrembereich sind. Dass das nicht unbedingt förderlich ist für einige Sachen. Selbst die Schlafgewohnheiten ändern sich. Finde ich, ist eine schöne Sache, die man von ihnen lernen kann. Und wenn ich mal so rekapituliere und durch meine Liste gehe, dann merke ich, dass das den Anschein erweckt, als würden wir sie als Versuchskaninchen nur sehen. Und damit indirekt etwas Positives an ihrem Vorbild sehen. Aber eigentlich an dem Thema ein bisschen vorbei, wenn es doch um zum Beispiel das Gegenvideo geht. Die fünf Dinge, die man sich nicht von ihnen abgucken kann. Deswegen auf Platz 5 eine Sache, die wir uns alle vergegenwärtigen sollten. Und das hat so ein bisschen was mit dem zweiten Punkt zu tun, mit der Erfahrung. Denn das, was wir durchaus von ihnen abschauen können, sie trainieren meistens nach den absolut gleichen Mustern wie jeder andere auch. Es gibt ganz wenige Ausnahmen, wo es vielleicht etwas mehr Ausdauer gibt und durch die erhöhte Regeneration, dass sie etwas mehr machen können. Aber das ist gar nicht so viel mehr. Ich habe schon mit so vielen unterschiedlichen Leuten trainiert. Mit Leuten, die ganze Paletten an Steroiden zu sich genommen haben. Und mit Leuten, die einfach nur 60 Kilo wiegen und Bodybuilding nur nebenbei machen. Und tatsächlich gab es da keine großen Unterschiede. Fünf bis zehn Prozent, aber nicht der Rede wert. Teilweise gab es dann sogar eben die Naturalsportler, die viel mehr Volumen gemacht haben. Und die Steroidsportler, die ganz, ganz wenig gemacht haben. Stichwort Hittraining, Mike Menzer und so weiter. Hart trainieren auch nicht unbedingt. Was heißt das ganz genau? Wir können uns zum Beispiel durchaus von denen einen Tipp geben lassen, wie wir die Muskeln aufsplitten sollen. Das gilt genauso für die. Wir können uns Tipps geben lassen, wie viele Sätze, wie viele Wiederholungen, all die Kennzahlen. All das ist so ziemlich gleich. So ziemlich der ganze Bodybuilding-Sport ist der gleiche. Nur, dass sie wesentlich mehr Ergebnisse am Ende des Tages daraus bekommen und dieses Ergebnis pflegen müssen. Wer einmal die 110 Kilogramm Schallmauer durchbrochen hat, der muss natürlich auch viel mehr essen, viel mehr Proteine zu sich nehmen. Liegt aber rein an der Muskelmasse, die sie mit sich rumschleppen. Nicht unbedingt, wie sie dort hingekommen sind. Würden wir natural 110 Kilo wiegen, müssten wir die gleichen Regeln befolgen. Und deswegen sind wir dann doch am Ende wieder alle in einem Pott. Nur, dass diese wesentlich besser performen. Aber im Prinzip gelten die gleichen Regeln des Muskelaufbaus. Und das sollten wir immer vergegenwärtigen. Denn es gibt so einige sture Leute da draußen, die sagen, die können mir ja gar nichts erzählen. Doch, eine ganze Menge. Und wenn mir irgendein Steroidsportler, der wirklich nach was aussieht, nennen wir ihn mal Jay Cutler. Erzählen will, wie man Kurzhantelbankdrücken am besten macht, wie er seine Sätze aufbaut, wie er gesplittet hat, dann höre ich ganz sicherlich zu. Zumindest ich für meinen Teil. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr das Ganze seht. Und wenn ihr jetzt sehen wollt, welche fünf Dinge ihr auf gar keinen Fall von denen abgucken sollt und worauf ihr nicht hören müsst, was einfach keine Tipps sind, die ihr befolgen könnt, dann schaut euch dieses Video hier an. Ansonsten abonniert den Kanal, verpasst kein anderes Video mehr. Ganz wichtig, schaut euch mal die anderen Videos an. Lasst mir ein Like da, wenn euch so ein Video gefällt. Und schaut gerne mal bei Protein Arena vorbei und spart auch noch was auf eure Supplements. Macht's gut, bis bald, euer Gotti.